Hallo und willkommen zur 19. Ausgabe vom Dicken Preußen. Nach einigen schwierigen halben Stunden Technik hin und her machen, das können wir uns jetzt endlich verstehen. Und ich spreche mit SAS, DF, DSSF, SAF oder auch Jens genannt. Muss ich jetzt was sagen? Ja, du musst Hallo sagen. Also darauf habe ich jetzt nicht so wirklich direkt reagiert. Ob wir uns verstehen? Offenkundig nicht, aber wir können uns hören. Ja, und er hat seinen Namen hier. Wir nehmen mit Zencaster auf und so genannt. Und Herr Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Hallo Ralf. Hallo. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier so funktioniert, weil ich sehe mal wieder eure Ausschläge hier im Zencaster. Seht ihr denn eure? Ich sehe was. Ja, anscheinend habt ihr alle Ausschlag. Ja, okay. Wir haben alle Ausschlag. Es scheint es doch zu funktionieren. Falls irgendwas komisch ist, dann liegt es heute irgendwie am Wetter oder am Internet. Danke, dass ihr euch beide Zeit genommen habt und so viel Nachsehen mit der Technik habt. Heute das erste Thema. Ich habe es schon wieder vergessen. Was war das erste Thema? Das erste Thema, genau. Ihr macht ja beide gerade eine Entwicklung und zwar von Rollenspielen. Jens macht die schwarze Katze mit einem 2-W20-System plus W6 für Schaden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, ist gut, oder? Ja. Und Ralf macht das Beronomikon mit einem einfachen Kartendeck. Mit einem zweifachen Kartendeck, aber ja. Okay, mit einem doppelten einfachen Kartendeck. Genau. Also mit zwei Pokerdecks sozusagen. Mit zwei Rommi-Decks würde ich eher sagen. Ist ein Rommi mit einem Pokerdeck nicht das gleiche? Ich bin nicht so richtig Pokeraffin. Das kann ich nicht sagen. Rommi kenne ich noch von früher. Habe ich mit meiner Oma immer gespielt. Okay. Rommi hat, glaube ich, noch Joker dabei. Genau. Das hat ja das Pokerdeck nicht. Ah, okay. Dann, ähm, die erste Frage an Jens. Warum sind Würfel besser als Karten? Das habe ich nie behauptet. Nicht? Nö. Aber warum sind es für Nachteile? Äh, ich habe darüber nachgedacht, äh, aber in dem Fall ist es tatsächlich, äh, da es sich auch zu einem guten Teil an DSA-Spieler richtet, ist es ein Spin-Off, bin ich erstmal leidlich nah am, äh, an der alten Idee zumindest geblieben von DSA. Also gegen Karten an sich als Zufallselement habe ich nichts, weil die gewisse Vorteile haben. Man kann halt verschiedene Wahrscheinlichkeiten gleichzeitig abgreifen. Man muss sie halt haben. Einer der Nachteile ist, die Leute fummeln damit immer rum. Äh, das ist so meine Erfahrung aus Deadlands, also aus der, äh, Deadlands Classic, äh, dass wenn man so ein Pokerdeck in der Hand hat, dann mischen die Leute dann rum und fummeln da so weiter. Das ist dann, könnte man als Nachteil sehen, aber ansonsten, äh, ist es ein Zufallsgenerator wie ein Würfel auch. Okay, dann die, äh, gleiche, ähm, Frage an Ralf. Warum sind deine Karten besser als die Würfel? Ja, besser würde ich auch nicht sagen, aber sie sind, ähm, für das, was ich erreichen wollte, waren sie aus meiner Sicht damals, äh, besser, weil, ähm, das Problem, Problem in Anführungszeichen eines Würfels ist halt immer, dass er sehr, sehr, ähm, random ist, also sehr zufällig. Ich weiß nie genau, äh, was für Ergebnisse er liefert und, äh, ich kann bei vielen Sachen einfach auch mal gegen eine Wand laufen, weil ich einfach so schlecht würfle, dass es, ja, äh, nicht funktioniert hat, was ich jetzt gerade vorgehabt habe. Und speziell für das Beronomikon, bei dem es ja um lebende Plüschtiere geht, hatte ich mir überlegt, ich möchte eigentlich, dass die wirklich als Helden agieren können und dass ihnen auch gelingt, was sie vorhaben. Und darum habe ich also versucht, ein Regelwerk zu machen, äh, bei dem es darum geht, äh, oder bei dem es möglich ist, äh, sich auf eine Aktion vorzubereiten, damit die auch sicher funktioniert. Und darum gibt es eben da eine Hand, gibt es also eine Handvoll Karten und ich ziehe Karten nach, kann mir daraus Kombinationen zusammenstellen. Und in den meisten Fällen kann ich dadurch eben das Schicksal so beeinflussen, dass meine Aktion auch gelingt. Hm. Also, mit Würfeln würde man eher scheitern? Man kann es natürlich auch, die Wahrscheinlichkeiten berechnen und bei einem Würfel funktioniert das sogar besser, als wenn ich es mit Karten mache, weil, äh, ich scheitere im Moment, nein, scheitern kann man nicht sagen, aber, ähm, ich habe im Moment das Problem, dass ich für einige Sachen in meinem Spiel nicht weiß, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen, weil die sich im Rahmen eines Spieles ständig verändern, weil ich ja die Karten ständig verändere. Das heißt, äh, wenn am Anfang 110 Karten im Spiel sind, äh, also wie gesagt, zwei Romy-Decks, dann, äh, beginne ich Karten auszuteilen, ich beginne Karten zu verbrauchen und so weiter. Das ist ein dermaßener statistischer Albtraum, was dabei rauskommt, ähm, dass ich im Moment nicht hundertprozentig sicher bin, ähm, wie groß die Chance wirklich ist, bestimmte Schwierigkeiten oder so zu erlangen. Ähm, ich habe im Spielverlauf gemerkt, dass bestimmte Sachen möglich sind, aber ich kann es im Moment nicht statistisch untermauern. Und ich habe Leute gefragt, die sich gut mit Mathe auskennen und die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, äh, das wissen wir auch nicht. Okay, ja gut, das ist natürlich quasi Vor- und Nachteil von Karten. Der Vorteil ist, man kann welche auf die Hand nehmen, das kann man mit Würfeln theoretisch auch machen, aber dann liegen die halt da rum und je nachdem, was für Würfel das sind, dann kippen die halt, dann weißt du nicht, ob was da drauf stand. Ähm, das ist natürlich, wenn man das vom Gameplay her machen will, coole Sache, aber natürlich, sobald ich Karten aus dem Deck gezogen habe, und die sind aus dem Deck raus, verschiebt sich natürlich die Stochastik im Deck selbst. Das ist logisch, weil halt bestimmte Ergebnisse jetzt fehlen, weil ich habe die ja auf der Hand. Ähm, das kommt darauf an, was du mit dem Deck anstellst, also ob das immer wieder neu machst oder ob halt tatsächlich, wenn du eine Karten längere Zeit rausnimmst, dann klar, ergeben sich natürlich gewisse Schwierigkeiten. Andererseits gibt es auch, ich glaube, mehr als ein System, wo ich bezweifle, dass die Entwickler, äh, sich alle stochastischen Elemente dabei wirklich durchdacht haben. Also ich kann mich da an Shadowrun 3 mit dem Pool-System erinnern, was, äh, stochastisch gesehen so ein Albtraum ist, äh, dass, äh, ich, äh, glaube, dass man sich da nicht komplett alles durchgerechnet hat. Das stimmt. Also da kenne ich also auch so einige Systeme aus der älteren Zeit, ähm, auch internationale, wo ich mal versucht habe, das auszurechnen. Und da, also binnen kürzester Zeit wirklich an irgendwelche Grenzen gestoßen bin, wo ich gesagt habe, das ist jetzt so ein Chaos, was da passiert. Äh, zum Beispiel explodierende Würfel ist auch so ein, äh, ist auch so ein Systemelement, wo es also sehr, sehr schwierig wird, noch Wahrscheinlichkeiten in irgendeiner Form zu berechnen. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass, also Karten haben, ja, mehrere Vorteile. Erstens, man kann sie auf die Hand nehmen, das ist also auch von der Haptik her praktisch. Und auch wenn man das irgendwie als, als, sagen wir mal, als Wahrscheinlichkeitsressource aufbewahren möchte, ist es da einfach in der Handhabung einfacher als mit Würfeln. Ähm, man kann gleichzeitig mehrere Wahrscheinlichkeiten abgreifen, das geht zwar auch mit Würfeln, äh, aber das ist halt ein bisschen mehr Rechnerei. Bei Karten drehe ich sich direkt, ist es schwarz oder rot, ist es ein Kreuz oder ein Herz, ist es, äh, ist es eine, eine, äh, wie ist das nochmal, ähm, Bild, Bildblatt, glaube ich, gibt's, ne? Also mit König, Dame, Bube oder ist es eine Zahl oder ein Ass. Also man kann halt mehrere Wahrscheinlichkeiten mit einer Karte ziehen, also nach dem Prinzip, äh, mit Herz schaffst du's und wenn's ein Ass ist, bekommst du noch einen Bonus obendrauf oder irgendwie sowas, ne? Das ist, was ich meine. Ähm, und das ist vielleicht noch fürs Genre ganz interessant. Also ich hatte mal, also bei, wie gesagt, bei Deadlands ist natürlich mit dem Pokerdeck ganz interessant, weil es halt zu Western irgendwie thematisch dazugehört. Ich hatte mal ein Konzept gemacht für so ein Räuber-Hotzen-Plotz-Märchending, da wär dann Skat, äh, und sowas, sowas Skat-artiges, äh, mit drin gewesen, auch mit Karten auf der Hand behalten und nach und nach ausspielen und so. Äh, das heißt, wenn das thematisch auch gut da reinpasst, äh, kann man sich das durchaus auch überlegen. Das sind, glaube ich, die Wissen-Vorurteile. Aber wir hatten, das hat halt immer alles Vor- und Nachteile. So ein Nachteil von Karten ist mit Sicherheit auch, ähm, wenn man, so wie beim Bironomicon, eben für bestimmte Aktionen bestimmte Farben braucht. Das heißt, ich möchte jetzt also zum Beispiel kämpfen, dafür brauche ich Peak oder möglicherweise auch Kreuz. Ähm, ich habe aber nur Herz. Und dann sitze ich auf einmal mit einer Hand voll Herz da und kann also nur hoffen, dass ich in irgendeiner Form jetzt, dadurch, dass ich Karten nachziehe, bessere Karten bekomme. Oder dass ich durch andere Mittel, es gibt also in dem Spiel dann Knöpfe, ähm, mit denen ich Sonderaktionen, also so eine Art wie Bennys beim Savage Worlds, Sonderaktionen auslösen kann, Kartenfarben tauschen kann und ähnliches. Und, ähm, das ist also extra auch reingekommen, damit eben dieses Problem gelöst werden kann. Das wäre eben bei einem würfelbasierten System nicht. Da kann ich immer sagen, ich versuche es einfach. Ich habe vielleicht eine miese Chance, aber ich kann es versuchen. Aber bei so einem Spiel habe ich halt tatsächlich das Problem, wenn ich keine einzige, äh, Herzkarte oder keine, zum Beispiel, Peak-Karte auf der Hand habe, die ich brauche und ich ziehe nur drei Karten nach, dann ist die Chance sehr gering, dass ich überhaupt eine Peak-Karte nachher haben werde. Ja gut, aber das kannst du ja mit Würfeln auch modellieren. Da kannst du über Ressourcen gehen oder sowas. Also grundsätzlich ist ein Kartendeck ja auch nichts anderes als ein Zufallsgenerator. Ja, aber er ist, glaube ich, in diesem Bereich ist er tatsächlich ein bisschen schwerer beherrschbar, gerade was also, ähm, so ein bisschen die Frustrationsschwelle der Spieler angeht, der jetzt gerne draufhauen möchte. Und, äh, das Einzige, was er machen kann, ist mit dem bösen Monster knutschen. Ähm, das ist schon eine gewisse Frustrationstoleranz, die man dafür benötigt. Ist bei dir denn, ähm, hat jeder sein eigenes Deck oder sind alle vom gleichen, also ziehen alle vom gleichen? Ziehen alle vom gleichen Deck, aber jeder hat seine eigene Hand. Ah, okay. Das heißt also, dadurch, äh, kommt es also nochmal, äh, äh, ein bisschen, ja, darauf an, welche Karten schon gezogen wurden, welche jetzt im Ablagestapel liegen, ähm, es kann durchaus sein, dass also man zum Beispiel einfach kaum noch Peak-Karten nachziehen kann, weil die fast alle schon gespielt wurden oder auf der Hand der anderen Spieler sind. Das kann dann eben passieren. Es ist, glaube ich, dass, äh, die Herausforderung, die du hast, ist, das gibt bei einem, in der Spielentwicklung das Konzept von Pre-Luck und Post-Luck. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ähm, und zwar ist immer die Frage, wann der Zufall, äh, ins Rennen kommt, ob das vor oder nach der Entscheidung zu handeln geschieht. Du hast ein Pre-Luck-System, das heißt, du hast zuerst den Zufall, zuerst das Glückselement, äh, und basierend auf dem, was ich dann bekomme, kann ich überlegen, was mach ich damit? Ähm, und viele andere Rollenspiele haben ein Post-Luck-System, das heißt, ich sage, was ich machen will, und dann würfel ich und gucke, ob es klappt. Ähm, und das hat euch dann gewisse andere, äh, Herangehensweise und Herausforderungen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, man hat eben auch die Chance zu sagen, ähm, ich beeinflusse das. Ich habe tatsächlich so eine, also im Brettspielbereich nennt man es Handmanagement. Und, ähm, das bedeutet, ich kann dafür sorgen, dass ich die richtigen Karten auf der Hand habe, indem ich andere Aktionen mache. Das heißt, ich mache vielleicht eine Aktion, bei der ich, äh, äh, mein Hirn einsetze, weil ich so viele Karos auf der Hand habe. Und dann werde ich meine Karos los und ziehe entsprechend dann neue Karten nach, die ich vielleicht, ähm, danach besser gebrauchen kann. Und, äh, wie gesagt, ich habe auch immer noch die Möglichkeit, mit den Knöpfen das Ganze so ein bisschen zu variieren. Also Möglichkeiten gibt's da schon. Ähm, es ist aber auch, es, es bekommt teilweise so eine gewisse taktische Variante dann rein, wie ich das also auch im Spiel einsetze. Warte ich jetzt bis auf den großen Moment, wo ich jetzt meine Knöpfe dann raushaue oder behalte ich die nicht, sondern spiele sie auch schon im Vorfeld, um vielleicht irgendwie mehr Karten zu kriegen, mehr Chancen zu haben. Da gibt's also viele Möglichkeiten. Aber führt das nicht, äh, dazu, dass Leute, die jetzt, ich sag mal, eine bestimmte Situation erwarten, was ich, was ich, sie erwarten einen Kampf früher, später, aber sie wissen nicht, jetzt hab ich relativ wenige Kampfarten auf der Hand, also baue ich erstmal irgendeinen Scheiß, wo ich weiß, jetzt muss ich irgendwie schlau sein oder ich muss irgendwie sozialisieren, um die anderen Karten abzuspielen, sozusagen, um neue zu bekommen? Ist schon passiert, ja. Aber das ist auch eine Sache, die vom Grundsatz her im Spielsystem schon so drin ist. Weil, ähm, das ist etwas, ähm, die ursprüngliche Inspiration, äh, für ein kartenbasiertes Spiel kommt, ähm, aus dem Kassel-Falkenstein heraus. Ähm, die Regeln, die ich nachher geschrieben hab, sind also doch, glaub ich, ziemlich anders. Aber bei Kassel-Falkenstein geht's nämlich auch darum, ich muss erstmal meine Hand abspielen. Und erst, wenn ich meine Hand los bin, bekomme ich neue Karten. Und da hab ich halt irgendwas drauf und ich muss mich nach dem richten, ähm, was ich auf der Hand hab. Das fand ich persönlich, fand das total klasse. Ähm, wir haben das, ähm, mehrfach gespielt und man ist eben einfach gezwungen, mal so ein bisschen out of the box zu denken. Man muss tatsächlich die Sachen machen, die einem, ich sag jetzt einfach mal, die eigene Kartenhand so ein bisschen vorgibt. Und dann eben zu überlegen, wie komme ich jetzt in dieser Situation mit einer Farbe, die an sich gar nicht, äh, sinnvoll erscheint. Wie mache ich jetzt daraus eine sinnvolle Aktion? Ich fand das total klasse. Äh, ich hab aber auch aus den, äh, Diskussionen rund um Spironomikon mitgenommen, dass es auch Spieler gibt, die das grauenvoll finden. Kann ich nachvollziehen, also es ist jetzt, ich will jetzt nicht behaupten, dass es falsch und schlecht ist. Ich kann nachvollziehen, dass manche Leute damit nicht so warm werden, weil es eben, äh, sehr meta ist, sag ich mal. Also, das heißt, ich kann nicht einfach spielen, worauf ich gerade Bock habe und guck mal, was passiert, sondern, äh, ich bin mehr oder weniger darauf festgenagelt, was ich ziehe, was dann meine Handlungsoption überhaupt erst eröffnet. Auch wenn die gegebenenfalls in der Situation gar nicht so sinnvoll sind. Ähm, von daher, ja, ich kann verstehen, dass es da zu, zu, zu Irritationen kommen kann, sagen wir mal so. Ich sag mal so, ähm, das Entscheidende ist für mich dann in dem Moment, ich sag jetzt mal, das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Wenn ich also in einen Kampf gehe und ich habe Herzkarten. Herz bedeutet, äh, dass ich zum Beispiel charmant bin, das ist so eine Art Charisma. Es ist aber auch meine Überzeugungskraft. Möglicherweise kann ich also tatsächlich, ähm, ich sag mal, durch eine flammende Rede meine Gegner davon abhalten, ähm, jetzt auf meine Leute loszugehen oder ähnliches. Das heißt, ich muss so ein bisschen überlegen, was kann ich hier machen. Ich fand das, wie gesagt, sehr spannend, weil es auch sehr kreativ ist. Aber gerade aus dem Grund, den du geschildert hast, ähm, habe ich dann eben tatsächlich die Knöpfe als Mittel eingebaut, äh, um das zu variieren. Dass ich eben tatsächlich sagen kann, okay, ich hab jetzt wirklich nur, äh, ich möchte gern kämpfen oder ich muss kämpfen. Ich hab jetzt hier nur Schrott auf der Hand dafür und ich möchte jetzt einfach Knöpfe einsetzen können, äh, um die, ähm, die Karten sozusagen jetzt anderweitig zu verwenden, als sie eigentlich zu verwenden sind. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt, weil, äh, dann kommen nämlich tatsächlich, äh, durch den Einsatz der Knöpfe teilweise auch richtig gute Aktionen zustande, die eben auch im Spiel einen weiterbringen, obwohl man Schrottkarten hat. Ist es nicht so, dass du durch dieses Pre-Luck, wie, wie Jens gesagt habe, hat, äh, nimmst du ein bisschen der spielerischen Freiheiten des Charakters raus, weil du ihn nicht so spielen kannst, wie du eigentlich möchtest, aber durch die Knöpfe holst du es dann wieder, packst du wieder Freiheiten rein? Ja, ein bisschen schon, ähm, ich denke aber, wie gesagt, dass für mich ist eben wirklich die Sache so, ähm, dass ich auch so ein bisschen dieses kreative Moment daran total klasse finde. Und, ähm, ich sehe ein, dass eben manche Leute sagen, nee, das finde ich jetzt irgendwie nicht so toll, ich möchte lieber frei agieren können, ich will mir nicht sozusagen von meinen Karten vorschreiben lassen, was ich jetzt gerade kann. Ähm, vielleicht habe ich wirklich nur Sachen, die jetzt gar nicht passen, ähm, aber dieses kreative Moment, wirklich einfach tatsächlich mal was ganz Neues zu machen, ähm, finde ich also, äh, hochgradig spannend. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass der große Kämpfer vielleicht wirklich nichts mehr wirklich, äh, machen kann im ersten Moment, dass er jetzt einfach mal statt ich hau drauf und Schluss, ähm, mal was ganz anderes andenken muss. Und das fand ich immer toll, weil mich hat das zum Beispiel, äh, ich hab vor Jahren mal Shadowrun spielen müssen und, ähm, bin da also nachher ausgestiegen, weil Shadowrun in meinem Empfinden zumindest oder in der Gruppe, in der ich damals mitgespielt habe, war es tatsächlich so, dass das, äh, nur optimierte Charaktere sind. Das heißt, da hat sich einer gedacht, ich spiele hier jetzt einen Typen, der kann zuschlagen und der ist so gut im Zuschlagen, dass er mit 138 Würfeln in seinem Pool zuschlägt. Der kann nichts anderes, aber er kann zuschlagen und das ist mir so auf die Nerven gegangen, weil ich diese Spezialisierung eines Charakters, das ist ganz frei heraus, das ist überhaupt nicht meine Art, wie ich Rollenspiel betreiben möchte. Und wenn ich natürlich jetzt ein Rollenspiel schreibe, wird das natürlich immer so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich so eine Spezialisierung vielleicht in einem gewissen Rahmen ermögliche, dass ich aber eher versuche, breitere Charaktere zu schaffen, die eben mehr Möglichkeiten haben und die mir auch mehr spielerische, äh, Momente, spielerische Möglichkeiten am Tisch geben. Ich finde die Argumentation jetzt ein bisschen sehr schwarz und weiß, aber, äh, ich weiß, worauf wir denn rausgehen. Ich hab's jetzt mal sehr extrem dargestellt, ist es natürlich nicht so, ich, es ist auch, es ist auch so ein bisschen natürlich das, was ich, ähm, äh, erlebt habe und was mich eben auch rollenspielerisch geprägt hat. Also ich hab ganz andere Runden auch erlebt, aber diese Shadow-On-Sachen, die haben mich eben wirklich so ein bisschen, ähm, traumatisiert. Ja, ich sag mal ab, ja, traumatisiert, abgeschreckt, weil ich da wirklich so das Gefühl hatte, ähm, da hat, hat jeder sich seinen Charakter so optimiert, dass er irgendwas kann. Dasselbe hab ich auch mal in einer, äh, damals A, D und D, ich hab A, D und D noch gespielt, meine Güte. Ähm, da gab's einer, gab's auch, äh, einen super optimierten, äh, äh, Kämpfer, der hat alles kurz und klein geschlagen, was ich ihm entgegenwerfen konnte. Und, äh, ich konnte nix dagegen machen, weil der entsprechende Spieler war einfach viel, viel tiefer im Regelwerk drin und hatte das alles ausgenutzt, was es drin gab. Und, ähm, das ist eben wirklich genau das, was ich an einem Spiel nicht mag. Wenn ich also ein Spiel designe, dann werde ich immer versuchen, das, ja, ich sag mal, nicht zu unterminieren, wahrscheinlich werde ich's nicht können, aber, ähm, den Spielanreiz in eine andere Richtung zu lenken. Ja, das spricht ja, also, das ist, macht ja auch irgendwie Sinn, also grundsätzlich ist es ja so, ich meine, Rollenspiel an sich ist eh schon eine Nische, aber, ähm, wenn man dann sich dazu entschließt, eine klare Zielsetzung zu haben, was echt was wert ist bei Rollenspielen, und die auch nach außen klar kommuniziert, also an die Spieler sagt, pass mal auf, äh, deine komplette spielerische Freiheit ist ja jetzt vielleicht nicht das absolute Primärgut, sondern es geht eher darum, äh, zu improvisieren, basierend auf dem, was du hast. Klar, warum nicht, kann man ja so machen. Also, äh, es ist jetzt auch keine Universalkritik, dass es alles total falsch und blöd ist, also um Gottes Willen. Ähm, ist auch nicht so angekommen. Gut, dann, dann, äh, hab ich mich falsch ausgerübt. Nein, Spaß, weil, ähm, ähm, äh, nee, finde ich, äh, finde ich durchaus interessant, ich bin sowieso großer Freund davon, dass man so ein bisschen rumexperimentiert und mal guckt, was so geht. Ähm, man muss es halt den Leuten sagen, ja, damit, sonst, äh, sind Leute irgendwie doch, äh, äh, frustriert, wenn die Erwartungshaltung nicht getroffen wird und so weiter. Also, hast du ja selber gesagt, dass bei den Testrunden die Leute das teilweise nicht so hundertprozentig gut fanden. Ähm, und das ist, glaub ich, dann auch häufig eine Kommunikationsfrage. Also, wie man nach außen darstellt, was will mein Spiel eigentlich? Ja, was ist eigentlich das Spiels Ziel auch? Ja, es ist halt, ich denke, das ist bei jedem Spiel so. Wenn ich DSA spiele, dann weiß ich, dass mich eine bestimmte Art von Spiel erwartet. Das mag jetzt sich gewiss von Runde zu Runde ein bisschen unterscheiden, aber, äh, es ist letztendlich, äh, ist es eine sehr, sehr, am Hintergrund orientierte Spielweise sehr häufig. Und, ähm, wenn ich eben D&D spiele, dann weiß ich, ich habe hier, äh, große, äh, Helden, die letztendlich irgendwann, wenn sie auf Stufe X sind, alles platt hauen, was ich, äh, was ihnen in den Weg kommt und zu Göttern aufsteigen. Mal ganz extrem. Das heißt, das Spielgefühl, was also damit irgendwie rüberkommt, das ist, glaub ich, sehr, sehr wichtig, sich das im Vorfeld klarzumachen. Wenn ich von D&D komme und steige bei Cthulhu ein, äh, werde ich entsetzt sein, wenn ich plötzlich erfahre, hey, wenn ich das und das mache, was ich bei A, D&D oder D&D immer mache, dann wird mein Charakter hier wahnsinnig oder stirbt. Ja, das ist der Normalfall in diesem Spiel. Und dann muss ich meine Spielweise eben auch anpassen. Ja, gut, auf der einen Seite, klar, gilt natürlich System Matters, ja, also natürlich, äh, geht System und Spielart oder, sagen wir so, Systeme unterstützen bestimmte Arten zu spielen mehr als andere. Äh, auf der anderen Seite, ähm, kann man natürlich auch Systeme anders spielen. Also ich hab, also da muss ich ja auch Shadowrun mal in Schutz nehmen, als alter, äh, Shadowrun-Schreiber-Mensch, äh, äh, man kann da auch sehr immersiv spielen, man kann da auch tolles Charakter-Spiel machen, so ist das nicht. Aber richtig auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass es halt schon sehr herausforderungsorientiert ist, auch viel, viel Micromanagement hat, so ist es ja nicht. Ähm, von daher... Auch da ist es schwer zu sagen, ob man es so schwarz-weiß machen kann, aber richtig ist tatsächlich häufig, dass viele Systeme eine bestimmte Art zu spielen, befördern oder eben verringern. Wir hatten das mal gemacht mit, äh, Kolov-Xulu tatsächlich, mit dem klassischen Kolov-Xulu-Regelwerk. Ähm, ich glaube, das waren die Masken des Nialatotep. Ich hab den Namen richtig ausgesprochen, glaube ich, ist sogar ein Wahnsinn. Er könnte auf jeden Fall ungefähr hinkommen. Ja, und im letzten Drittel haben wir dann gewechselt auf Hollow Earth Expedition. Und damit klappt auch das komplette Spiel um. Also von, wir sind die armen Opfer und wir sitzen halt rum und gucken zu, hin zu, ja, schmeißen wir ein paar Granaten drauf. Ja, dann, äh, weil die Mechanik halt ganz andere Möglichkeiten bietet. Und das ist, was ich meine. Die, ähm, Unterstützung des Spiels, ähm, geht immer in eine bestimmte Richtung. Teilweise beabsichtigt, denke ich, auch von den Autoren. Teilweise vielleicht auch gar nicht mal beabsichtigt, sondern zufällig entstanden. Aber, wie du schon sagtest, wenn ich Cthulhu spiele, dann hab ich diese Bedrohungssituation. Und ich kann eigentlich gegen die Monster nicht viel machen. spiele ich Savage Worlds oder Hollow Earth, dann ist natürlich was ganz anderes. Dann geht es, friss Bleimonster. Und das ist ein anderes Spielsystem. Ich will damit auch nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Man muss sich aber, glaube ich, darüber im Klaren sein, wenn ich an ein bestimmtes Spiel rangehe und ich nehme jetzt Cthulhu und spiele es einmal mit D20, das andere mal mit Basic Roleplaying, also das klassische Cthulhu, einmal Trail of Cthulhu oder was auch immer. Ich werde jeweils aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderes Spielerlebnis haben. Keins dieser Spielerlebnisse ist falsch oder besser oder was auch immer. Aber sie befördern einfach, glaube ich, eine andere Art, sich mit der Materie zu befassen. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass Cthulhu mit BRP, also dass auch in den USA ja durchaus gespielt wird, bei den Amerikanern deutlich peilpiger gespielt wird, dass sie zu lande. Also die Spieltradition, obwohl es die gleichen Regeln sind, durchaus variieren. Aber das ist nur Hörensagen, von daher möge man mich da korrigieren. Also ich kann es nur insofern sagen, dass ich die amerikanischen Abenteuer kenne. Und die sind, oder nicht alle, aber einige. Und da gibt es durchaus welche, die also sehr ruhig sind. Aber es gibt eben auch sehr viele actionlastigere Abenteuer als hier. Also ich sage mal, deutsches Cthulhu ist mehr Detektivspiel und amerikanisches Cthulhu ist mehr, wir gucken kurz, was wir machen und dann Gewehre raus und ab. Also es ist tatsächlich, glaube ich, auch im selben Spielsystem einfach eine andere Welt fast. Ja, deswegen, also System Matters ist durchaus nicht falsch, aber halt nicht wie gehabt, nicht schwarz und weiß. Also es gibt trotzdem noch viel, viel Spielraum. Das ist, das wollte ich auch nicht sagen. Also wenn das so rübergekommen ist, dann war das auch überhaupt nicht so intendiert. Ich weiß zum Beispiel auch, dass man, wir haben ja selber D&D gespielt über Jahre hinweg. Und wir haben bei dem D&D, was wir gespielt haben, das war durchaus nicht immer so, wie es von den Abenteuern her vorgegeben wurde. Wir haben dann eben auch teilweise wirklich, ich sage jetzt mal, die Loser-Charaktere gespielt, weil uns das einfach mehr Spaß gemacht hat. Und dadurch eben häufig auch mit den offiziellen Abenteuern so unsere Probleme gehabt, weil die eben eine andere Spielweise dann auch erwartet haben. Da hätten wir vielleicht auch selber was schreiben können. Aber ich denke einfach trotzdem, dass eine gewisse Tendenz in den meisten Spielsystemen vorhanden ist. Egal, in welche Richtung jetzt. Dann tatsächlich mal die Gretchenfrage. Wenn ich herausforderungsorientiert ein schönes Dungeon spielen möchte, kann ich das mit Pernomicon? Bestimmt nicht. Ja, ganz frei heraus, aber es ist dafür, glaube ich, nicht geeignet. Es ist sehr Meta, das hast du ja schon gesagt. Das ist, glaube ich, auch so. Die ganzen Aktionen, die darin stattfinden, sind eher abstrakt gehalten. Das heißt, ich beschreibe etwas, sage dann, was ich mache, mit welchem Attribut und mit welchen Fähigkeiten. Und daraus entsteht etwas, was dann über eine Probe entschieden wird. Und ich glaube nicht, dass es dezidiert genug, kleinteilig genug ist, um wirklich herausforderungsorientiert spielbar zu sein. Weil ich denke, da sind Spiele wie Savage Worlds oder D&D mit Sicherheit tausendfach besser geeignet. Ja, aber darum geht es ja nicht, ob es wirklich perfekt dafür geeignet ist. Aber D&D 1 ist ja auch relativ regelleicht im Vergleich zu dem, was später kam. Von daher, die Frage ist nicht, ob es dafür gebaut ist und ob man es machen kann. Kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Also ich habe es nie probiert in dieser Form, müsste man mal gucken. Ich sage mal, der Begriff der Leistungsorientierung, der macht mir da am ehesten Sorgen. Natürlich kann ich in Dungeons damit spielen. Aber ich glaube, taktisch wirst du einfach das Problem haben, wie gesagt, du musst ein Handmanagement haben. Und das ist, glaube ich, was ganz anderes als eine Taktik, die darauf basiert, ich habe einen guten Kämpfer, ich habe einen guten Magier, ich habe einen Assassinen, der sich in den Rücken schleicht, wenn ich einen Gegner angreife. Sowas kann ich zwar auch im Bäronomikon bauen, aber ich werde dann nicht unbedingt bei der Ausführung dieser Aktionen, werde ich nicht unbedingt unterstützt, sondern das muss ich selber machen. Oder ich scheitere eben vielleicht wirklich auch ganz extrem, weil ich die falschen Karten ziehe. Warum? Weil das ist ein Teil, das Scheitern ist eben auch Teil des Spaßes. Moment, Moment, ich muss ganz kurz unterbrechen. Hattest du nicht am Anfang gesagt, dass das Regelsystem so gebaut sein soll, dass man nicht scheitern kann? Dass man die Möglichkeit hat, nicht unbedingt zu scheitern, aber es passiert natürlich trotzdem. Wenn ich mal wirklich einfach Käse habe auf der Hand und vielleicht vorher keine Aktionen durchführen konnte oder mir schlicht und ergreifend nichts einfällt, dann habe ich vielleicht tatsächlich mal nur einen Erfolg oder zwei Erfolge und kann damit eben nichts mehr reißen. Und dann kann ich auch natürlich im Bäronomikon scheitern. Also ich habe auch schon Testrunden gehabt, wo die Leute sich auch nicht so richtig auf das System und seine, ich sage jetzt mal, die Vorbereitung einer Aktion eingelassen haben. Und dann sind sie natürlich auch grandios gescheitert. Also es ist so eine bestimmte, man muss eben so eine bestimmte Spielweise an den Tag legen, damit das alles funktioniert. Oder man verballert eben ohne Ende Knöpfe, die man auch nicht unbedingt hat. Weil irgendwann ist halt auch diese Ressource am Ende. Aber gibst du da nicht schon wieder einen Weg vor, den du vorher kritisiert hast? Also vorher hast du ja gesagt, dass die anderen Systeme ja mit diesem Powergaming zum Beispiel eher fördern würden. Aber machst du das denn nicht auch nur in einer anderen Form? In der Form mit Sicherheit, dass ich sage, dass es ein Powergaming eigentlich nicht gibt, sondern dass man hier eben, wie gesagt, ressourcenbasiert arbeitet. Ich nenne es jetzt mal so. Das heißt, ich gucke auf meine Hand, ich stelle fest, wenn ich das und das jetzt mache oder machen will, habe ich nicht die richtigen Karten für. Ich kann versuchen, andere Karten, also durch das Ziehen von Karten, da was Richtiges zu bekommen. Oder ich kann versuchen, eine andere Aktion zu machen. Beides ist möglich. Aber das Spiel unterstützt eben tatsächlich diesen kreativen Ansatz, dass ich wirklich was anderes mache. Und das tut er wirklich. Wollte jetzt nicht mehr Zwischenquatsch, Entschuldigung. Kein Problem. Ich kann für die Regel, für den Regeltest, sagen wir mal, sehr empfehlen, sich eine Handvoll wirklich beinharter Powergamer zu suchen, die das System auf den Kopf stellen. Das ist tatsächlich egal, was für ein System das ist, weil Powergaming klingt immer so negativ. Oder, naja, was heißt das, bei manchen Leuten, also ich sehe da nichts Negatives drin, das kenne ich jetzt schon mal, also ich bin da nicht religiös. Aber das ist sehr hilfreich, weil das Leute sind, die normalerweise so ein System auch auf links drehen und gucken, ob irgendwo Löcher sind oder ob man einen Unfug damit anstellen kann. Also ein bisschen habe ich das schon gehabt. Hatte also auch schon durchaus Leute, die also versucht haben zu optimieren. Die waren aber sehr gefrustet, weil es ist fast nicht möglich zu optimieren. Das ist aber auch das, was ich im Spiel haben will. Das heißt, ich kann zwar optimieren und kann jetzt sagen, ich bin jetzt ein toller Kämpfer, ich baue das so hoch wie möglich aus, aber ich komme eben nicht so in den Bereich rein, dass ich sage, ich habe jetzt wirklich mich so optimiert, dass jeder meiner Angriffe sozusagen auf jeden Fall funktioniert, sondern ich muss mich immer noch auf die, ja, ich sage jetzt einfach mal Spielweise, des Spiels einlassen, um mir selber diese Vorteile zu verschaffen, die ich mir verschaffen kann. Ja, gut, aber das ist dann ja auch für einen geschickten Powergamer kein Problem. Klar. Und ich habe also auch Leute gehabt, die konnten, also ich hatte zum Beispiel jetzt am letzten Samstag hatte ich eine Proberunde, die haben tatsächlich selten mal zweistellige Erfolgszahlen erzielt. Und die letzte Proberunde, die ich davor hatte, da sind also die zweistelligen Zahlen nur so gepurzelt. Die haben das dann teilweise wirklich sehr geschickt ausgenutzt, was sie an Ressourcen hatten, haben über die Knöpfe mal was gedreht, haben mal eine Aktion vorgeschoben und gesagt, ich gucke mir jetzt erst mal den Kampf genauer an, damit werde ich auch meine Hirnkarten los. Und dann haben sie Karten, die sie bekommen haben, eben weiter so eingesetzt, dass sie den größten Nutzen davon hatten. Und da bin ich echt ins Schwimmen gekommen mit denselben Monstern, sage ich jetzt mal, und denselben Fähigkeiten. Bin ich also schwer ins Schwimmen geraten bei denen, während ich bei der Runde, die ich am Samstag hatte, dann tatsächlich gemerkt habe, die haben bei diesem Endgegner, gegen den es dann ging, ein echtes Problem. Also die mussten tatsächlich, sind dabei also nicht gut mit dem klargekommen. Es ist die große Frage, ist das für dich so in Ordnung? Ich denke schon. Ich wüsste auch nicht, was ich dagegen machen soll, weil in einem gewissen Rahmen kann ich ja eine Spielart vorgeben, indem ich sage, ich möchte gerne, dass es eben auf dieses kreative Moment ankommt. Wenn das aber einer dann entsprechend ausnutzt und das eben auch tatsächlich kreativ spielt, die Regeln ausnutzt und seine Möglichkeiten perfekt nutzt und dadurch eben ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Und es hat auch beides Spaß gebracht, muss ich dazu sagen. In dem einen Fall waren es sozusagen die strahlenden Helden, die also mit Leichtigkeit den Endgegner besiegt haben, aber sehr viel Spaß hatten. Und auf der anderen Seite war es dann eben ein, ja, ich sag mal fast schon Cthulhu-Endkampf, weil die eben gegen ein Monster angetreten sind, das so viel stärker war als sie, weil sie eben diese Möglichkeiten nicht so ausgenutzt haben. Es ändert sich dann vielleicht etwas so, dass das Spiel oder das Spielgefühl, aber es ist beides drin, da es ja im Endeffekt ein Spaß- und Horrorspiel ist. Aber schränkst du dann nicht die Charakterentwicklung ein? Inwiefern? Können die Charaktere besser werden? Die Charaktere können natürlich besser werden, aber auch da, man muss es mal ganz ehrlich sagen, Béronomicon ist ein Spiel, wann und wie wird man das spielen? Man wird sagen, wir setzen uns heute Abend hin, wir wollen lebende Plüschtiere spielen, wunderbar, holt Flopsy und Harry Hasenfell raus und jetzt spielen wir. Wird man schnell Charaktere machen, einen Abend spielen? Das ist der Normalfall. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es lang andauernde Kampagnen geben wird. Wenn es welche geben sollte, dann ist auch die Möglichkeit da, den Charakter aufzurüsten. Das heißt also ihm mehr Fähigkeiten zu geben, bessere Fähigkeiten zu geben und es gibt im endgültigen Regelwerk, wenn das fertig ist, wird es auch Kampagnenziele geben. Das heißt, es geht dann wirklich darum, den schwarzen Mann, das ist der Bösewicht, der also hinter allem steckt, was auf der Welt gegen Kinder unternommen wird und wogegen die Plüschtiere kämpfen. Das ist dann, es gibt die Möglichkeit, den also zu besiegen. Aber dann definierst, also du hast, ich würde jetzt aus der Erzählung das so sehen, du hast eigentlich ein System entworfen, was mehr oder weniger nur für One-Shots geeignet ist. Und spätestens wenn die Möglichkeit, dass der schwarze Mann besiegt wurde, ist es eh vorbei. Das ist zwar so, aber das ist ungefähr dasselbe, als wenn ich sage, ich spiele jetzt beispielsweise Dragonlance und ich besiege am Ende den großen Drachen Tiamat. Das kann sein, aber wenn, dann passiert es am Ende eben einer langen Kampagne. Und außerdem, man darf dabei nicht vergessen, die Plüschtiere leben ja immer noch. Und Spaß kann man damit immer noch haben. Und ja, es ist, glaube ich, primär ein One-Shot-System. Und zwar in der Art und Weise, wie es auch, glaube ich, gespielt wird. Das war sein Vorläufer, PP&P, also Plüsch, Power & Plunder, ja genauso. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass da viele Leute wirklich Kampagnen gespielt haben. Ich sehe das auch nicht als problematisch an. Also ich finde das völlig in Ordnung, zu sagen, okay, ich mache ein System für One-Shots oder, ich sage mal, primär für One-Shots. Warum nicht? Also das hat dann, ich sage mal, gewisse Herausforderungen. Aber auch da wieder, wenn man das klar kommuniziert und sagt, okay, das System ist dafür und dafür gedacht, ist das nicht das Problem an? Also ich wollte jetzt noch nicht sagen, dass es ein Problem ist. Also weiß Gott nicht. Das war jetzt nur so gefühlsmäßig. Also es ist nicht nur anders durch die Handkarten und durch diesen Pre-Lack, sondern auch noch das Ziel an sich ist damit ein völlig anderes, sage ich mal. Ja, zumindest insofern, dass es eben die Möglichkeit gibt, mit einem, ja ich sage mal, man steigt mit einem Charakter ein, der eine gewisse Kompetenz hat. Das heißt, ich habe also nicht so, dass wie bei einem D&D, wo ich mit einem Charakter einsteige, der im Grunde genommen schon tot ist. Jedenfalls dann, wenn er mal einem Goblin und einem Dolch begegnet. Und bei diesen ist es also anders. Man hat direkt eine gewisse Kompetenz, man hat direkt Fähigkeiten, man kann auch als Zauberer direkt zaubern und kann sich da also ein bisschen selbst verwirklichen, dann im Spiel. Man kann eben, ich sage mal, sehr viel basiert wirklich darauf, Unsinn zu treiben. Weil was passiert, wenn man eine Truppe von Glühstieren auf die Welt loslässt? Sie machen Chaos. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich darüber im Klaren ist, und zwar sowohl als Spieler wie auch als Spielleiter und auch als Autor. Weil da ist, glaube ich, eine ganz klare Zielsetzung vorhanden, die mir auch immer wieder so widergespiegelt wird. So nach dem Motto, ja, Kampagne, gut und schön oder aufsteigen, aber ist es nicht viel cooler, wenn ich einfach hier einen Abend lang Unsinn machen kann? Und ich denke, das ist okay. Ich weiß jetzt nicht, jetzt würde ich mal sozusagen die Frage zurückstellen in Richtung Jens. Wie sieht das denn bei den Katzen aus? Also ist das wirklich auf Kampagne ausgelegt? Oder ist das auch mehr so ein, ach komm, lass uns mal Spaß haben und heute Abend mal Katzen spielen? Es geht grundsätzlich beides. Also es hat eine höhere Wachstumsspirale als ein reines One-Shot-System. Beim One-Shot-System macht es ja Sinn, dass du mit einem entsprechend hohen Kompetenzsockel anfängst, weil du spielst halt nicht lang genug, dass es ansonsten zum Tragen käme. DSK ist da ein bisschen mehr an DSA angelehnt, an DSA 5. Das heißt, man hat ein ganz okayes, ordentliches Level am Anfang, aber es ist durchaus auch möglich, das hochzuleveln, noch längere Zeit zu spielen. Ob man das dann tut, sei dahingestellt, aber die Möglichkeit definitiv besteht, und zwar sowohl regelseitig als auch vom Hintergrund her. Der Hintergrund bietet eine ganze Reihe verschiedener Arten zu spielen, verschiedene Spielstile anzusteuern, oder ich sag mal, verschiedene Genres. Also ob das irgendwie Horror ist, oder ob es ein bisschen auf niedlich geht, oder auf herausforderungsorientiert, oder es geht also, ich sag mal, im Rahmen des klassischen Rollenspiels sind da verschiedene Genres abgedeckt, und daher denke ich, kann man sowohl One-Shots damit abdecken, es ist auch ein Punktebausystem, von daher kann man da gegebenenfalls auch mehr Punkte draufsetzen, falls da der Sockel zu niedrig ist, als auch längerfristig damit spielen, wenn man das will. Aber du hast jetzt keine spezielle Prägung da irgendwie reingebracht, wo du jetzt das Gefühl hattest, das muss jetzt, es wird eher den Spielstil oder eher den Spielstil bedienen. Also One-Shot oder Aufstieg. Genau, es ist relativ bewusst etwas offener gelassen, sowohl was die Spieldauer oder die Möglichkeit der Spieldauer angeht, als auch was ich damit dann wirklich spielen möchte, weil das Thema Anthropomorphe Tiere eben auch ein sehr, sehr weitläufiges ist, eben vom eher naiv-kindlichen bis hin zu Animal Farm oder, ich vergesse den Namen immer, Watership Down oder sowas, wo es halt wirklich zur Sache geht, oder Feli-Day, ja, wenn es um Thema Katzen geht, also das bis hin zum Horrorbereich ist ja grundsätzlich damit alles machbar. Und das war auch der Wunsch meinerseits, dass das kein, ich sag mal, kein Spiel ist, das nur von Niedlichkeit geprägt ist, um das mal so zu formulieren. Das heißt aber, du, ich kenne das Spiel also jetzt selber nicht, ich habe das zwar von gelesen, aber mehr auch nicht, die, haben die eine eigene Welt, also, oder leben die normal mit Menschen zusammen, ist das bekannt, oder, wie läuft das ab? Das ist so ein bisschen wie bei Vampire, es ist tagsüber, also die Katzen leben in Aventurien, so wie wir das kennen, in das, als, als Spiel, als Startregion ist Havena, die Stadt dann gewählt, und tagsüber machen die halt Katzensachen, also liegen rum, oder machen Sachen kaputt, oder was die Katzen halt so den Tag übertreiben, und wenn die Menschen schlafen, oder im Dunkeln einfach nichts sehen können, schnappen die sich ihre Klamotten, und gehen auf, ja, entweder Abenteuer, oder auf, auf Party, was Katzen halt so machen, wenn sie es können, und, ja, dadurch ist es halt, immer so was leicht Verborgenes, ja, in einer Welt, die von Menschen dominiert ist, existiert eben diese Katzengesellschaft, sozusagen, undercover. Sind denn alle Katzen, ähm, lebendig, also, nicht lebendig, intelligent, oder sind das nur bestimmte? Das sind ein paar hundert, also, ich gehe davon aus, dass in Havena, das ist eine große Stadt, es dürften irgendwie diverse tausend Katzen da leben, von denen sind einige hundert, äh, erwacht sozusagen, haben ein, ein Bewusstsein erhalten, auch erst vor kurzer Zeit, nach einem bestimmten Vorfall, ähm, und, äh, ja, die haben sich dann auch so ein bisschen von den restlichen, nicht erwachten Katzen auch so ein bisschen abgekanzelt, weil mit denen kann man halt relativ wenig anstellen. Das ist tatsächlich, ich sag mal, bis auf das Abkapseln, ist das, äh, tatsächlich relativ ähnlich, wie das, was ich mir überlegt habe, es leben also auch nicht alle Plüschtiere, sondern eben nur bestimmte. Und, ähm, welche Plüschtiere das sind und warum die leben und was sie, äh, eben, äh, lebendig gemacht hat, das ist, ähm, so ein bisschen Teil dessen, was man später eben rausfinden kann. Also, der besagten Kampagne, und wenn man das eben nicht will, dann sagt man einfach so, hier, mein Plüschtier ist jetzt lebendig geworden, die drei anderen im Regal nicht. Dadurch hat man eben auch da die Möglichkeit, äh, so da reinzugehen. Kann man das denn irgendwie mit DSA kombinieren? Also könnte ich jetzt einen Torwahler und eine Katze losschicken? Ja, kann man machen. Also, ich hab da einen kleinen, für die, für die Spieler Tipps, einen Abschnitt zu gemacht, weil genau diese Frage, also, in Mai, normalerweise kommt die Frage, kann mein vertrauten Tier erwacht sein? von den Hexen. Ja, weil das immer so der erste Gedanke ist, ich hab diese Hexe, die hat eine Katze, kann die jetzt sprechen? Und, ähm, es gibt die Aussage, es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil es gewisse Herausforderungen produziert, aber wenn man es trotzdem tun möchte, also man möchte, ich möchte ja auch Leuten jetzt keine Steine in den Weg legen, deswegen hab ich denen so ein kleines, ja, so ein, eine Skizze von einem Konvertierungsset quasi gegeben, wie man das machen könnte. weil natürlich, äh, ist es so, DSA ist, wie die meisten Systeme, auf eine bestimmte, äh, Form von Charakteren optimiert, ja, das heißt, die Werte skalieren besonders gut im Bereich von Menschen oder Elfen und so in ganzen Größe, während die Skalierung bei kleineren Lebewesen natürlich sehr grob wird, weil dafür ist das System nicht ausgelegt. äh, und DSK ist eben andersrum sehr, sehr besser skalierend im Bereich Katzen, Hunde und so ein Kram und skaliert dann irgendwann bei Menschen und Trollen und was auch immer deutlich schlechter, weil auch da wieder da die Mechanik dafür nicht gedacht ist. ähm, man kann das aber, wenn man es ein bisschen schlau anstellt, so ein bisschen parallel laufen lassen. also sehe ich nicht übermäßig als Schwierigkeit an, ist aber vom Kern her jetzt erstmal nicht, also ist es nicht das Kern des Spiels, kann man machen, ist aber jetzt nicht primär so gedacht. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass, äh, praktisch, also sozusagen die Anthropomorphe, äh, Parallelgesellschaft in Aventurien, ähm, da zu machen. Aber ich habe richtig verstanden, das ist ein anderes Regelwerk, ne? Ganz genau, es ist ein, äh, sehr bewusst, äh, angelehnt an DSA 5, ich meine, ich habe DSA 5 auch mitentwickelt, von daher kenne ich mich da auch so, ich behaupte immer relativ gut aus, ähm, aber, ähm, durchaus bewusst auch nochmal gestreamlined und mit Sachen, die bei DSA 5 rein Design, von den, von den Design-Zielsetzungen her nicht machbar waren. Ähm, weil DSA 5 natürlich auf eine gewisse DSA-Tradition zurückschaut und auch von den Spielern, ich sage mal, von einem gewissen Prozentsatz der Spieler so gewünscht ist, dass da, dass man da quasi draufsattelt, eben zum Beispiel diese bekannte 3-B20-Probe, das aktive Parade und sowas. Und, äh, ich wurde von Verlagseite aus durchaus ermutigt, das System anders aufzuziehen, verwandt, also dass man Ähnlichkeiten erkennt und dass man, wenn man den Charakterbogen hat, als DSAler, sofort erkennt, okay, einen DSK-Charakter kann ich lesen sozusagen. Ich verstehe, was der kann, was er nicht kann. Äh, aber die Mechanik ist eine etwas andere, damit, äh, die Sache ein bisschen schneller geht. Dabei gehen dann an einigen Stellen so ein paar taktische Finessenflöten, aber das halte ich für das Spiel, das gespielt wird damit, oder idealerweise gespielt werden sollte, für durchaus verschmerzenswert. Gut. Sag ich mal, jetzt auch was. Ähm. Da ist ja noch jemand. Ähnlich, wo kommst du denn hin? Da ist ja noch jemand. Ähm, ich hab jetzt erst überlegt, ob, ähm, von dem Ganzen, was er jetzt erzählt hat, ob Pre-Lug-Systeme eher für Runshots geeignet sind, als, äh, After-Lug. Aber das ist eigentlich auch wurscht. Eigentlich kommt es doch nur auf die Stärke des eigenen Charakters an, oder? Beim Runshot mache ich eher einen stärkeren Charakter als ein, als wenn ich ein, 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 eine Progress, eine Steigerung des Charakters haben will. Das kommt ein bisschen drauf an. Äh, ich hab mir mal, äh, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, da war ein, ein Entwickler von Earthstone auf der Redcon damals, lange, lange ist her, äh, der hat ja so schön gesagt, es gibt Systeme, die haben, die fangen niedrig an und steigen dann sehr stark an. Es gibt Systeme, die fangen sehr hoch an in ihrer Kompetenz und steigen dann langsam. Und es gibt Earthstone, da wird einem die Macht quasi in den Hals gerammt und dann geht's richtig bergauf. Von daher ist es tatsächlich einfach nur eine Frage der Zielsetzung, wie man, was man spielen will. Also, äh, ob die, wie die Kompetenzen überhaupt eine Rolle spielen und, äh, wie stark die Charaktere in Relation zur restlichen Welt sind und so weiter, das ist einfach, äh, Hintergrund- und Spielzielabhängig. Das macht natürlich mehr Sinn bei einem One-Shot-System, äh, aber, äh, Call of Sulu, wo man ja wirklich nicht behaupten kann, dass die Charaktere alle, die totalen Cracks sind, wird ja auch sehr viele One-Shot gespielt. Man geht halt noch nicht davon aus, dass die da viel reißen. Ja, gut, aber sie haben schon eine gewisse Basiskompetenz. Also, ich sag mal, wenn ich einen frisch erschaffenen D&D-Charakter und einen frisch erschaffenen Cthulhu-Charakter vergleiche, da ist der Cthulhu-Charakter tatsächlich robuster. Das ändert sich natürlich sehr. Also, äh, ich kann mich, also, ich kann mich daran erinnern, dass mindestens ein Cthulhu-Charakter nach, ich glaube, was war das, irgendeiner Machete oder sowas, nach zwei Machetentreffern umgefallen ist. Das passiert bei dem Anfangs-D&D-Charakter auch. Ja, das ist richtig, aber, äh, der Anfangs-D&D-Charakter kann, noch dazu kann der gar nichts. Und ein Cthulhu-Charakter hat wenigstens, je nachdem, wie man ihn jetzt macht, aber der hat eine gewisse Basiskompetenz in irgendwas. Den kann ich also auch so bauen, dass er, äh, in der Lage ist, zum Beispiel auch der Machete ein bisschen öfter oder klarer auszuweichen. Und der hatte auch vor allem andere Fähigkeiten. Und das, ja, durch das Punkteverteilungssystem kannst du den so ein bisschen minimaxen. Aber, äh, also, ich kann, ich kann mich an einige, ich glaube, das waren auch immer die Beispielcharaktere, die waren richtig kacke. Also, die konnten tatsächlich alles so ein bisschen, aber, also, das ist das Ding, also, du kannst die entweder gezielt auf ein, zwei Sachen richtig hochpushen, dass die in bestimmten Bereichen richtig gut können, dann können die aber wirklich gar nichts anderes. Ja, also, was ich finde, den irgendwie Einbrecher und Fälscher machst, dann kann er seine Schuhe nicht zumachen. Ähm, oder du machst ihn halt, ich sag mal, ein bisschen simulatorischer, dann kann der alles nicht wirklich. Das stimmt, aber ich glaube, auch wenn ich an One-Shot denke, dann, äh, würde ich auch was anderes tatsächlich in den Vordergrund setzen, nämlich, ähm, also, gerade bei Cthulhu und ähnlichen Sachen, ähm, habe ich ja sehr häufig vorgegebene Charaktere. Und diese vorgegebenen Charaktere, für die ist eigentlich der Hintergrund häufig entscheidender. Das heißt, dass die irgendwas erlebt haben, dass die irgendwelche Dinge über die anderen Charaktere denken, oder Wissen oder was auch immer. Und, ähm, ganz wichtig, glaube ich, dass man eben einfach bereit ist, so einen Charakter auch zu töten. In so einem Spiel. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es zeigt sehr gut, dass eben die Kompetenz da gar nicht so wichtig ist. In dem Fall, wenn ich sage, es geht eher um das soziale Untereinander, ähm, und hinzuziehend das soziale Untereinander würfel ich wenig aus, weil sonst käme die Kompetenz wieder ins Spiel. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann spielt die Kompetenz in vielen Belangen relativ geringe Rolle. Und dann kann ich auch einen One-Shot mit einem, ich sag mal, regelmechanisch relativ inkompetenten Charakter machen, weil er redet sowieso die meiste Zeit. Und in den letzten zehn Minuten rät er schreiend davon und stirbt. Ich weiß nicht, meine Cthulhu-Abenteuer laufen etwas anders. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich so, ähm, damit kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang zurück. Wenn ich halt Cthulhu spiele, weiß ich auch, äh, egal auf welcher Stufe, ich sollte nicht kämpfen. Weil, äh, wenn ich einem Kampf ausweichen kann, sollte ich das machen. Und, äh, das sind halt, ähm, das sollte ich auch mit einem D- und D- erste Stufe-Charakter machen. Ja, ist richtig. Aber, äh, bei einem Cthulhu-Charakter ändert sich das in einem gewissen Sinne gar nicht. Ähm, und ich würde auch nicht unbedingt immer nur, die Kompetenz eines Charakters zum Beispiel jetzt vom, von seiner Kampffähigkeit abhängig machen. Weil je nach Spielsystem ist das auch vollkommen irrelevant. Weil ein Kampf mir sowieso nichts bringt. Ja, ja, aber ich sage, deswegen, also, der Kampf ist natürlich immer so ein klassisches Beispiel, ne? Äh, was, weil das halt bei vielen System relativ weit vorne ist, bei anderen aber auch gar nicht. Äh, das stimmt schon. Ne, deswegen, also, es ist schon richtig, aber deswegen ist es halt mit der, mit der Aussage, äh, das Kompetenzlevel muss am Anfang höher sein für One-Shots halt nicht richtig. Also, es ist je nachdem, was du spielen willst. Wenn es, wenn die Kompetenzen eine Rolle spielen, wortwörtlich, dann, äh, kann das sinnvoll sein, außer man spielt gezielt Null-Truppe, kann ja auch mal Spaß machen. wenn die aber keine große Rollenspiele, Rollenspiele spielen in dem One-Shot, dann ist es eben egal. Ich meine, das ist ja logisch. Dann können wir aber sagen, grundsätzlich, erstens, ist es die Frage, welches System ich habe, damit ich weiß, was ich, was ich von, also, erst mal gibt mir das System etwas vor und dann gibt mir dazu der, der meiste, beziehungsweise das Abenteuer dazu noch mal eine eigene Rolle. weil theoretisch könnte ja dann auch der, das Abenteuer wiederum das Spielsystem umändern. Das habt ihr jetzt zum Beispiel mit Cthulhu gesagt, dass die Amerikaner das anders spielen, obwohl sie das gleiche Regelset haben, als jetzt die, die deutschen Abenteuer. Das ist, ist glaube ich, ist jetzt schwierig, ist jetzt schwierig, sagen wir mal, genau zu unterscheiden. Also, ein amerikanisches Cthulhu-Abenteuer, um mal dabei zu bleiben, ist tatsächlich, wie gesagt, eher actionorientiert. Die Deutschen sind eher rechercheorientiert. Aber, ich glaube, dass auch die Charaktere dann von den Regeln her so ein bisschen anders gepimpt werden. Also, ich glaube, wenn man in dem amerikanischen Abenteuer einen Beispielcharakter findet, dann wird da eher nochmal 20 Punkte auf Gewehr und Faustschlag gegeben und im Deutschen wird man wahrscheinlich eher, keine Ahnung, Verborgenes erkennen nochmal nach oben schieben und Bibliotheksnutzung, weil man erwartet, dass man davon jetzt im Abenteuer mehr Vorteile hat. Ist das System denn egal, wenn man das und eigentlich zählt nur das Abenteuer? Kann man natürlich so nicht sagen. Ich kann ein Abenteuer so designen, dass es viele Kämpfe beinhaltet. Dann kann ich mit meinem 65-jährigen Mathematikprofessor nicht sehr viel reißen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir also einen Söldner baue, der eigentlich nichts kann, außer ballern, habe ich natürlich in einem Abenteuer, bei dem ich damit rechne, dass viel Recherchearbeit passiert, habe ich auch nicht so viel Optionen, weil da werde ich genauso versagen. Und ich denke, das ist bei eigentlich jedem Rollenspiel so, egal welches ich jetzt nehme, wenn ich einen One-Shot tatsächlich einrichte und ich möchte Charaktere mitliefern, das ist ja immer der Punkt, der dabei wichtig ist. Ich kann ja auch einfach sagen, das ist ein Abenteuer, das spielt man einfach an einem Abend, also einfach mal durch, nehmt eure Charaktere, viel Spaß, dann ist es einfach nur ein Abenteuer, das eben ein bisschen kürzer ist, das keine direkte Anbindung an eine bestehende Kampagne hat. Wenn ich aber so einen klassischen One-Shot nehme, bei dem es eben darum geht, mit festen Charakteren irgendwie durchzuwandern, dann werde ich die Charaktere und das Abenteuer aneinander anpassen. Und wenn ich halt weiß, ich muss nicht viel, ich muss nicht viel schießen, werde ich auch einen Charakter entsprechend vielleicht vorbereiten, der eben eher so der Geistesriese ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so fest sagen kann, also ich glaube nicht, dass die Definition von One-Shot so fest ist, dass man sagen kann, ein One-Shot ist nur ein One-Shot, wenn fertige Charaktere dabei sind, da würde ich mich jetzt nicht so drauf festnageln. Das, nee, das meinte ich auch nicht. Also es kann durchaus sein, dass es also einen One-Shot gibt, wo ich sage, der kann mit beliebigen Charakteren gespielt werden, aber dann ist natürlich, ich sag mal, das erfordert mehr Allgemeingültigkeit, als wenn ich weiß, ich habe jetzt hier diese Charaktere und auf deren Stärken und Schwächen kann ich das Abenteuer direkt ausrichten. So meinte ich das. Das gilt aber nicht nur für One-Shot. Ja, klar, aber ich meine, man muss jetzt glaube ich auch unterscheiden, ob ich jetzt für meine private Rollenspielgruppe was mache oder ob ich irgendwas zum Beispiel für eine Publikation schreibe. Wenn ich für meine private Gruppe was mache, dann weiß ich genau, was mögen die, was können die besonders gut, was für Charaktere haben die, woran haben die besonders viel Spaß. Und darauf richte ich mich natürlich aus, wenn ich weiß, ich habe Leute, die finden das total toll, einen ganzen Abend lang zu recherchieren und am Ende des Abends schreiend vor einem gethruiden Monster davon zu laufen und dann ist der Abend für die super, kann ich so ein Abenteuer natürlich schreiben, aber wenn ich so ein Abenteuer zum Beispiel für eine Publikation schreiben würde, würden ganz viele Leute eben sagen, ach nee, das finde ich also ziemlich doof, das Abenteuer, ich kann ja gar nichts machen. Darum denke ich. Auch das wieder ist natürlich eine Sache der Vorkommunikation, also muss den Leuten natürlich sagen, okay, ich habe einen Plan, dieses Abenteuer ist cool, wenn ihr gerne recherchiert und weglauft. Gut, weglaufen ist vielleicht nicht so die ideale Aussage, aber es ist halt ein Horror-Setting mit Rechercheanteil oder irgend sowas. Das ist halt eine Frage der Kommunikation, wenn ich jetzt eher was Palpiges haben will, dann werde ich das nicht kaufen, wenn das hinten draufsteht. Ja, aber ich sage ja gerade, also bei Cthulhu, nehmen wir das mal als Beispiel, da ist es tatsächlich, glaube ich, ziemlich extrem, weil ich kenne also Abenteuer, wo ich tatsächlich mich mehr oder weniger durchschießen kann und andere Abenteuer, bei denen ich im Grunde genommen von Anfang an darauf, wo es alles darauf hinausläuft, dass ich eben eigentlich nachher keine Chance habe, sondern vielleicht gerade nochmal das Schlimmste verhindern kann, aber ich kann das Böse nicht aufhalten. Und beides ist Cthulhu, also da hat Dennis schon recht, das ist, es ist ein und dasselbe System und trotzdem ist es eben extrem unterschiedlich, was da rauskommt. Und ich denke, das ist bei anderen Spielen genauso. Natürlich. Aber ich glaube, wir anderen schon seit einer Stunde gnadenlos durch die Gegend, weil das, die Frage zum Thema One-Shot, glaube ich, nicht wirklich, also wir haben uns, glaube ich, dieses Thema schon wieder weit, weit verlassen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, egal ob Pre-Lug, After-Lug oder kein Lug, es ist alles eine Frage der Perspektive, alles kann Spaß machen, man muss nur das Fassende für sich selber aussuchen und alles mal ausprobieren, um das zu finden, was man möchte. Das auf alle Fälle. Ihr könnt mir gerne widersprechen, Jens. Man muss gar nichts, also als Entwickler vielleicht ja, als Entwickler hilft das, sich damit beschäftigt zu haben, gerade was taktische Optionen und so weiter angeht, was man den Spielern bieten will. Als Spieler soll man spielen, was einem Spaß macht und gut ist, wenn man nur ein Spiel spielen will, dann soll mir das auch recht sein, ich bin da relativ tolerant. Ich denke, man muss sich als Spieler, wie auch als Spielleiter, so wie du gesagt hast, einfach nur vor Augen führen, was macht mir eigentlich Spaß? Und wenn man etwas gefunden hat, womit man das, was einem Spaß macht, darstellen kann, wenn jemand es schafft, aus dem Bironomicon einen taktischen Dungeon Crawler zu machen und hat damit Spaß, wer bin ich dann, ihm zu sagen, nee, dafür habe ich das Spiel nicht gedacht, würdest du das bitte weglegen und dir ein anderes nehmen? Weil das ist, glaube ich, das Entscheidende ist wirklich, wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht, dann kannst du davon mal weggehen und mal was anderes probieren. Aber wenn du deinen Rollenspielspaß mit DSA oder AD&D oder Shadowrun gefunden hast und deine Leute um dich herum auch, drauf. Ich habe jetzt gerade eine ganz tolle Eingebung gehabt, die ich eine Sekunde später wieder vergessen habe. Entschuldige. Auf die haben wir jetzt alle gewartet. Die war super. Ja, ich... Das hätte ich jetzt das Ding noch mal rausreißen können. Ah ja, jetzt... Eine Liste frei. Brauchen wir überhaupt noch neue Rollenspielsysteme? Brauchen wir überhaupt Rollenspielsysteme? Also brauchen... Nee. Aber auch irgendwie ganz andere Sachen, aber... Ja, aber ist nicht eigentlich schon alles abgedeckt? Das ist eine verdammt schwierige Frage, weil ich glaube, jeder von uns hat so seinen Heartbreaker in der Schublade, wo er sagt, das ist das System, was ich toll finde, was es noch nie irgendwo gegeben hat. und ich denke, man möchte das dann auch rausbringen. Aber ich denke auch, man kann sehr viel auf dem Markt schon finden, was dann in eine ganz ähnliche Richtung geht, aber wo vielleicht die einzelnen Stellschrauben ein bisschen unterschiedlich sind. Außerdem gibt es ja über die Jahre hinweg immer neue Entwicklungen, die quasi die Rollenspielwelt vorantreiben in ihrem Ganzen. Ja, ob es früher Sachen waren wie Vor- und Nachteile oder jetzt auch so eher so aktive Vor- und Nachteile, also eher, wo man also nicht bestraft wird, sondern was bekommt, wenn man sie anspielt. Das ist, ich weiß gar nicht, wer da zuerst mit angefangen hat. Oder ob das bestimmte Mechanismen sind, bestimmte Denkeansätze, Player Empowerment und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die sich über die Jahrzehnte immer mal wieder teilweise in großen Schüben entwickelt haben. von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in Zukunft immer wieder neue Denkeansätze gibt und auch sicherlich Sachen, die für, ich sag mal, für viele Spieler interessant sein können. Von daher glaube ich nicht, dass wir da sozusagen das Ende bereits erreicht haben. Das wäre ja auch schade, weil ich denke mir, es ist einfach, Rollenspiel ist so ein breites Themengebiet. Man wird da glaube ich immer wieder neue Ansätze finden können, mit denen man eben auch ganz neue Spielsituationen ermöglicht. Und manchmal erkennt man dann erst, das ist das, was man schon lange gesucht hat. Egal, ob es jetzt ein Fate, ein Savage Worlds, ein Powered by the Apocalypse oder sonst was ist, das sind alles Spielarten des Rollenspiels, die es vor einigen Jahren noch nicht gab. Ja. Ich denke, das ist ein guter Schlusswort, oder? Wenn du das sagst. Okay, dann heißt es nicht, dann sag noch ein gutes Schlusswort zum Schluss. Spielt mehr Rollenspiele. Spielt das, was euch Spaß macht. Ja, mit diesen Worten, spielt mehr Rollenspiele und spielt das, was euch Spaß macht. Danken wir allen Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen, es war halbwegs interessant. Ich fand es sehr interessant. Ich danke Jens, danke. und ich danke und ich danke natürlich Ralf. Danke. Ich danke ebenfalls. Dann wünschen wir alle noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört und hinterlasst Feedback, wenn ihr dazu etwas zu sagen habt. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.